Schwertmeisterverschmelzung krass lass das mal erstmal so stehen oder 246 kann ich holen habe ich habe ich geholt tausche ich mal gegen Helfer ha 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 hey gespenst wird verschmolzen und darf mitspielen so was kommt als nächstes oh ne Hydra nehme ich mal so mit rein so jetzt kommen gleich die Babs noch ne Hydra oh geil grüner Drache jetzt schon super geil obergeall cool ey der ist halt episch ne der müsste so ziemlich alles umklotzen was ich aber noch nicht habe ist ein Heiler das könnte uns zum Ende zum Verhängnis werden weitläufer lege ich zur Seite der Heiler wunderbar noch ein grüner Drache da kaufe ich mal den Waldläufer den tausche ich mal gegen die Geschichte da haben wir da zwei von das sieht schon mal gut aus noch ein Drache und wir können ihn schon verschmelzen verlust folge verlust folge so die lege ich mal zur Seite hier grüner Drache geil verschmelzen so dann kann der genau die Schleicherin mit aufs Feld und den verkaufe ich mal dann darf jetzt auch der Heiler mitspielen mach mal so so es tut mir leid noch ein Heiler wunderbar den könnten wir theoretisch verschmelzen ich nähe aber das Monddreh das macht mehr DPS mehr Schaden mehr Damage und jetzt nehme ich nochmal einen Buff dazu ihn hier und ihn so und jetzt gucken wir was passiert auch die die haben sich was die und und auch die wenn du du die 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 und da war hallo den will ich nicht verschmelzen mache ich aber einfach weil wir es gerade können ein licht wunderbar den nehmen wir mit haben wir schon einheitlich nee das ist der erste ja ist der erste gut noch brauchen wir auch kein heiler ich würde den tank rausnehmen stehe ich den nach vorne so schubi 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 2 der früße der früße ohne heiler wird das echt knapp grüner drache und zelot das immerhin blau ich lege ihn mal zur seite ist halt schwierig noch ein drache geil den knochen drachen können wir gleich gebrochen er hat nur die erste runde verloren hier so den kaufen wir und den licht nehmen wir auch mit schleicher rin aber der ist noch blau da kommt jetzt der lichen der knochen drache geht für das modreh ins feld so würde ich sagen so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So müsste das was werden So jetzt geht es nochmal gegen ihn hier Medusa ist interessant Der Heiler Verschmelzer Ein roter Drittel Die Buffs laufen Zwei Stück Zwei Stück Zwei Stück Nehmen wir noch den mit rein Zack aber zusätzlich Genau Der hat mehr Leben Der kommt nach vorne Der auch Der kommt so in die Mitte Dann gibt es nochmal den Heal Buff So Ha 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 Besiegt! Rang Nummer 1 Yes! Wir spielen weiter! Du siehst européens! Wir spielen auch den Wolfsburg! Ehe! Du kannst einen, der aufbauen! Ehe! Ja! Zwei Druiden! Nochmal so einen Helfer hier! Lasst die mal einfach ins Feld springen, mal gucken ob das klappt. Positionier die mal nicht. Ja genau, hat wunderbar funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert. Ah, die Jäger sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Komm, nehmen wir jetzt die Hydra. Und ein Zyloten hier. Und ein Lübdatz. Können wir den ganzen Kladderadatsch hier. Können wir verkaufen. Nächste Runde gibt es dann noch einen dazu. Näh, 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 näh. Ähm, direkt eine Verschmelzung. Das ist natürlich supergeil. Aber gut, jetzt haben wir auch kein Goldmilch. Wir können nichts mehr machen. Ich stell die mal so rum. Der hat 1700 Leben. Ich stell den mal nach vorne. Mal gucken wie schnell er krepiert. Er könnte aber einiges tanken, bis die anderen da sind. Weil die laufen ja auch gleich noch los. Wiesse. De 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 de. Er ist nicht mehr da. Läuft. Er ist nicht mehr da. 2 waldläufer nehme ich mal mit einmal xp kaufen das lasse ich noch mal weg 3 4 4 5 5 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 15 16